so leute willkommen zurück zu dragon ball legends wir machen heute weiter mit der story weil ich habe gemerkt dass man die firma sehen halt nur in der story kriegt und das ist ziemlich scheiße wenn ich da nicht weiterkommen so nein das team nehmen natürlich machen mit story so das team nehmen wir nicht oder was will er hier von uns abschließend ohne verluste erst angriff dreimal schlagangriff blablabla können wir also irgendein team nehmen sehr gut auf geht's hey bulma hier muss ich doch immer geradeaus oder genau in der ferne kannst du doch berge sehen oder da müsste es irgendwo sein bist du sicher warum fragst du das irgendwo in dieser gegend kann ich eisen und öl riechen und da ist noch ein geruch von blut du müsstest aber eigentlich noch ein ganz stück vom zielort entfernt sein irgendwas sagt mir dass charlotte der ultimative krieger ist hier meinst du ich kann nichts ungewöhnliches entdecken oder meine vielleicht zell doch da ist was da drüben wäre das geil wenn es zähl mal so eine abgewandelte form jetzt hätte stell dir mal vor die haben jetzt die zellen von irgendwelchen anderen kämpfern genommen und cell heute jetzt ein anderes aussehen und wäre nochmal eine ganz andere version von cell stärker andere fähigkeiten etc das wäre doch mal geil oder dein geruchssinn ist echt der hammer du hast es wirklich gefunden gute arbeit charlotte das macht sinn scheinbar errichtet selbst dr gero sein labor nicht immer wieder am selben ort auf die informationen von brümer kann man sich nicht so wirklich verlassen was hat halt doch den mund es war immerhin in der nähe also lag ich wohl nicht ganz daneben was ist das denn ich muss jetzt gerade daran denken ein karton weg mit dem karton wenn man die hier kennt weiß was ich meine charlotte was ist los hast du was gefunden wirklich etwas gefunden habe ich nicht aber dieser geruch freezer wie geht das zum goku und das ist noch nicht alles hier sind die gerüche von den verschiedenen typen vermischt also cell ob das die gerüche von den genen sind die dr gero gesammelt so krassen geruchssinn hat nicht mein hund glaube ich keine ahnung aber es gefällt mir nicht aber die einrichtung ist lahm gelegt heißt das außerdem geruch ist da dort nichts mehr übrig doch hier ist jemand hier zwischen 19 charlotte reche wie hinterhertig zu eliminieren das objekt charlotte gesichtet die nervtötenden blechbüchsen sogar hier hat man für euch keine ruhe na dann los so wir brauchen blau lila und gelb so ich hoffe ihr habt mich gut verstanden ich mach mal eben den desktop ton ein bisschen leiser so ja ich weiß mein stuhl hört man was braucht ihr noch mal abschließend und verluste erst angriff schlag angriff zweimal super angriff 65 zeit anhalten zweimal charakter wechseln viele glaub ich jetzt erst angriff haben wir schon mal dann machen wir noch mal eben den super angriff und dann machen wir noch mal einen zweiten super angriff Zählt er als erfolgreichen? Ach ne, wir brauchen den Schlagumriff noch. Ich finde den Move auch so mega von Broly. Nicht nur, dass er den Key raubt, der wechselt den Charakter auch einfach mal aus. Das kann einem manchmal so den Arsch retten, wenn er auf einmal die Immunität nachlässt und man den Charakter loswerden muss und kann ihn damit nochmal austauschen und nimmt den sogar nochmal Key. Also nochmal eine Möglichkeit irgendwas zu machen. Das ist so mega, finde ich. So, dann müssen wir jetzt nochmal tauschen. Und am besten nochmal tauschen. Haben wir sonst noch was? Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Rising Rush haben wir auch. Super Angriff haben wir auch. Dann sollten wir jetzt eigentlich alles haben. Kann sein, dass man im Hintergrund jetzt gerade noch irgendwas hört, so vom Geräuschen hier. Hier schleppt einer seine Kisten weg. Ich hoffe, das ist nicht zu deutlich zu hören. Ich werde sowieso nochmal die Stimme hier so ein bisschen nachpegeln. Ja, das hat alles gereicht. Die Kerle sind ja immer noch, äh, sind ja noch stärker als beim letzten Mal. Ich werde auch weiterhin den Massen produziert und dabei werden auch meine Fähigkeiten immer wieder durch Updates verbessert. Mein Name ist Alexa. Sogar in einem stillgelegten Labor liegen diese Kerle auf der Lauer. Ist das nicht Verschwendung von Ressourcen? Keineswegs. Diese Mission dient dazu, meine Leistungsfähigkeit zu testen und feindliche Existenzen auf der Suche nach Informationen zu eliminieren. Was ich sehr komisch finde ist, äh, wobei das sieht man jetzt bei dem gerade schlecht, eigentlich müsste das doch mal ein Mensch gewesen sein. Weil, so wie bei Dr. Gero, war doch oben in dieser Kapsel ein Gehirn drin, oder nicht? Aber der wird vielleicht doch mal mehr Daten sammeln sollen früher. Das wäre ein coolerer Gegner gewesen, wenn der wirklich ständig Daten gesammelt hätte und seine Charaktere wirklich immer stärker geworden wären. Was laberst du denn da schon wieder für einen gequirlten Müll? Ich werde dich gleich in alle Einzelteile... Ja, passiert da noch was? Das war knapp. Der Angriff eben, wo kam der her? Wieso ist der Typ denn jetzt bitte da? Der hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe keine Daten darüber. Wer ist da? Ich mache jetzt einfach mal... Ich versuche mal so ein bisschen die Stimme nachzumachen. Ich werde jetzt keine Bulma-Stimme machen, aber... Hm. Die starke Energie kam wohl von dem Kerl da in blauen Klamotten. Wer bist du? Du elender Wicht! Was für ein Text. Objekt wurde als feindlich identifiziert. Es wird ebenso wie Charlotte eliminiert. Für dich habe ich keine Verwendung. Spuck? Wah, Spucke. Das ist ja widerlich. Hehe. Was ist das? Über diese Technik habe ich keine Daten. Wer bist du? Das lasse ich jetzt mal aus. Das im Hintergrund einfach mal ignorieren. Nun denn, du bist derjenige, wegen dem ich hier bin. Was? Fortsetzung folgt. So, das war der Abschnitt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier einen Cut. Weil sonst werden wir wieder viel zu lange brauchen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein paar Kommentare. Und du guck nicht so bekloppt da im Hintergrund. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.